Die digitale Revolution erfasst auch den Bereich der Kultur. Das heißt, Musik, Videos zu tauschen oder auch zu remixen, zu samplen, all das muss heutzutage eigentlich möglich sein. Aber das veraltete Urheberrecht, was wirklich weder Urhebern noch Nutzern dient, sondern allein dem Interesse einer Verwertungs- und Unterhaltungsindustrie, das muss wirklich modernisiert und fair umgestaltet werden. Dafür stehen wir Piraten.